Also, Jungs, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte, okay? Es war ein Mann, ein YouTuber. Der hat angefangen, YouTube zu machen. Und er hat Fortnite gezockt, wie ein kleines Kind. Wie realistisch ist Fortnite? Ich esse jetzt genau wie der. Sobald er beißt, ich beiß auch einmal in diese Keks rein. Wartet, ich habe extra Keks gekauft. Auf jeden Fall... Ich bin voll... Ich bin ein kleiner Hurensohn. Ich bin ein bisschen, Mann. Ekenhaft, Wallah. Ach du Scheiße, mein ganzes Tisch ist gefickt. Nach langer Zeit, ich probiere wieder Fortnite aus. Ich habe gehört, wie da Tilted Towers wieder... Ich weiß gar nicht, warum Tilted Towers hier hinten so richtig ekelhaft aussieht, aber ja. Tilted Towers ist wieder da. Und anscheinend macht Fortnite wieder Spaß. Die Leute zocken das wieder. Aber stimmt das? Wir probieren es aus. Random Trio, yalla, Gibi. Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Ich schwöre euch, ich habe noch gar keine Runde Fortnite gezockt. Wallah, billah. Seit zwei Monaten, nicht drei Monaten, nicht keine Ahnung wie lange. Drei, vier Monate, ich habe nicht einmal angefasst. Hallo? Hallo? Hi, was geht, Bro? Ja, hallo? Hey, wie geht es euch, Mann? Was geht, Alter? Nein, du bist nicht der echte, oder? Nein. Das Soundbot oder so. Hi, Leute, was geht? Drehst du gerade ein Video? Nein. Das ist locker das Soundbot oder so. Der heißt einfach Pille, Mann. Warte mal, was? Ey, Jungs, wollt ihr den Sieg? Yes, sir. Jetzt kann ich sicher, dass es ein Soundbot ist. Wie übersteuert, oh mein Gott, mein Ohr! Wo seid ihr denn gelandet? Mitten im Wald? Ich gehe raus. Land! Doch, doch, vorbei. Bruder, ich weiß schon, was mit Fortnite passiert ist. Die tanzen mit Controller und so rum. Tanz nochmal mit... Oh mein Gott. Bruder, Böller, China, Böller! Boah! Shit! Oh mein Gott, Digga. Habt ihr das gesehen? Travis, Travis, Tom und Jojo. Loll, ich seh ruffel, Digga. Loll, ich seh ruffel. Oh mein Gott. Ich will gucken, ist wirklich Fortnite immer noch krass? Oder haben die reingeschissen, Bruder? Nein! Oha! Die sind schon lange gelandet. Was ist das? Äh, wo soll ich landen? Hier. Was ist so eine Call of Duty-Waffel an? Guck mal! Was mach ich denn? Bitte! Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Du kleiner Hundesohn! Wala, ich geh gleich raus. Ich spiel keinen Fortnite, Digga. Ewig, Smicky? Wo der jetzt? Okay, dann spiel ich alleine. Ist mir doch egal. Hallo, bitchless. Oh mein Gott, Digga. Hallo? Oh mein Gott. Hallo. Digga, du übersteuerst. What the fuck are you saying? Where are you from? Where are you from? Maryland. Maryland. Maryland? You're American. No, Netherlands. Oh, Netherlands. Kannst du Deutsch sprechen? Ich bin auch Nederland. Ich bin Nederland. Joined Amsterdam. Nice. Amsterdam, Antwerpen. Ja, Antwerpen ist Belgien. Ja, Antwerpen ist Belgien. Niederland. Are you a gay? Als mool. You smoked too much weed, I think. Bitte, ich will nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Er hat knarren. Bitte. Why are you from? Oh mein Gott. 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 Ich muss ihn umbringen. Er hat ne knarre gegeben. Ich erschliße ihn gleich. Ich bringe ihn um, Digga. Tut mir leid, aber ich hab Angst. Oder soll ich ihn nicht umbringen? I don't understand you, man. I don't talk with you, Amanakoyim. Are you a Morgan or a Turkish? Yes, are you Turkish? Can you Turkish? No, I can't speak Turkish. Say something on Turkish. Say, nisifiyom. Say, senisikim. Sikim? Senisikim. Senisikim. Ja. Say, amanakoyim. Amanakoyim. Say, nisikim. Say, nisikim. Warum lachst du jetzt? Du weißt doch gar nicht, was ich sage. Digga, es tut mir leid, aber ich schwöre dir, ich muss ihn töten. Weil ich hab gehört, man mit der Wand so... Why are you screaming, bitch? Ja, lach, bist mir leid, ich muss es tun. Oh, you're not even with me, bitch? Oh mein Gott! Nein! Nein! Er tanzt! Wie peinlich, wallah, wie pein... Wallah, wallah, wallah! Ey, halt's Maul jetzt, man. Du fuckst mich schon eine ganze Zeit ab. Hallo? Bitte nicht, bitte normales Headset. Hallo? Yo, einfach jetzt AssetTV. Wahrscheinlich. Ja, wie geht's dir? Alles klar? Ja, alles klar. Eine Frage, gibt's irgendwie einen Store oder so, wo ihr eure Mikrofone kauft? Pakistanische Laden oder so? Äh, nein. Warum habt ihr alle gefickte Headsets? Weiß ich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir landen einfach einmal bei... Wo sollen wir landen? Was kannst du mir empfehlen? Tötet. Okay, okay. Bist du bei dem Flughafen? Was ist das? Ja, ich bin Deutsche Bahn. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Drück mal Start. Da steht Match verlassen. Drück das mal. Ganz kurz, drück einfach nur ganz kurz. Drück mal. Hast du? Ja. Hast du Match verlassen? Ja. Drück mal. Das müsste eigentlich schlecht funktionieren. Ananistikim. Ananistikim. Ananastroim. Wala Bila. Nein. Wala Bila, nein. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Du wurdest mir vom Gott geschenkt. Du bist ein Geschenk von Allah. Wie geht's dir, mein Freund? Sehr gut, danke, dass du fragst. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, Mann. Ich bin auch am Nizbüllen, Alter. Nice. Sag mal, Eiscreme. Eiscreme. Äh, Botbilat? Botbilat? Yes. Ach du Scheiße, Digga. Sein HZ ist eine Katastrophe. Und ich höre mich doppelt, Digga. Was ist das? Wala Bila, nein. Mit euch kann man nicht reden. Nein, du bist ein bisschen. Hä? Hast du mich beleidigt? Hast du ein Problem mit mir? Warte mal, was sagst du jetzt da? Do you have problem? You know where I live? Komm. Komm now. Why you're bleeding me, Schleim? Deiner Hundeson, komm jetzt. Was? Ich verstehe gar nicht. Tagel, sag ab jetzt. Bitte, bitte. Ach, ich esse Fröschchenkön. Ich bin der Französisch. Le Homme de la Francais. Ey, Hutzelbrunz, kannst du mir einen Gefallen tun? Was? Ach, ich weiß nicht. Du würdest es eh nicht machen. Sag. Okay, kannst du auf Match verlassen drücken? Wieso? Es gibt einen Glitch. Ich habe das jetzt extra gemacht. Wenn du jetzt Match verlässt, kriegst du einen extra, weil du mit mir gezockt hast sogar. Einen extra Skin. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Digga, ich bin nicht neun. Wie alt bist du? Wahrscheinlich kriege ich einen Skin, oder? Wie alt bist du denn? 14. Achso, ja, dann bist du ganz, ganz groß, Bruder. Ja, ich bin sogar schon in die achte Klasse. Okay, aber tu mir den Gefallen und verpiss dich jetzt. Lock her rauf! Verlass das Spiel doch, Hans! Nein. Verlass oder ich verlass? Dann verlass. Nein, du verlass. Digga, ich höre mich zehnmal doppelt. Digga, du hast ein Headset von Pakistan geholt. Oh ja! Ich hole dich noch, nein! Oh, wie viele Spieler. Ich sage euch ehrlich, Fortnite, ich bin zu lange draußen. Das ist wie so eine Droge. Man ist zu lange draußen, dann ist man nicht mehr wirklich so drin. Aber ich kenne zum Beispiel einen guten Kollegen von mir. Oh! Sello Abi. Sello Abi aus Duisburg hat gesagt, nichts ist für immer. Nichts ist für immer. Damit meinte er auch Fortnite. Fortnite ist auch nicht für immer. Nichts ist für immer. Wie immer Tilted Towers. Jeder hat halb, jeder will Tilted. Okay, gut. Ja, Tilted. Wieder Tilted. Amenachoyim. Kein Bock mehr. Rugby, red doch mal. Wieso redet keiner? Bin ich der Einzige, der mit mir redet? Ich schwöre dir, ich bin wieder an meinem Film drin und ich werde wütend. Ich werde dick wütend, Digga. Weil ich keinen Bock mehr habe, Mann. Egal, wo ich lande, ich verreckt, ich bin schlecht. Nein, es liegt an mir, ich bin schlecht. Ich habe mich dick verschlechtert, Digga. Dick verschlechtert, ich schwöre es euch. Was ist das? Ist das Call of Duty? Was ist das? Wo ist das? Oh, warte mal, die Waffe ist gut. Hallo, renn nicht weg. Bleib mal hier, hallo. Hallo, hallo, hallo. Komm mal her, Bruder, wie geht's dir? Ja, Allah. Ey, Töt ihn nicht, Töt ihn nicht. Z'Einbree. Und? Was ist denn das? Krone? Wann, wieso leuchtet ich so? Ih, mach das mal weg. Stimmt, die Leute schreiben gerade, Bruder, du hast gerade Krone weggeworfen, du hättest damit Lambo gewinnen können. Was machst du da? Ich verschritte. Warum denn? Warum denn? Ich spiele nur noch eine letzte Runde. Es ist mir scheißegal, was passiert. Ich spiele nur noch eine Runde und dann tschüss. Hallo, Max, Digga. Max. Max! Ich wollte damals immer, dass Tilted zurückkommt. Jetzt, wo ich gar keinen Bock mehr auf Tilted habe, bring die Tilted raus. Walla, die hängen, die Leute. Die Erfinder, die Fortnite erfunden haben, die haben richtig reingeschissen, Bruder. Ich bin verschritten, was ist das? Ah, bitte! Nicht schon wieder! Hä? Was ist das für ein Skin? Ich glaube, die Leute warten noch eine letzte Runde. Hallo. Hallo. Ah, hi, wie geht's? Guten, vier. Wär auch gut. Why me, was geht's? Wir, wie euphorisch er ist. Boah, ich bin echt glücklich, endlich mal Leute zu treffen hier. Jungs, wer von euch hat ein Headset wie ein Vollidiot? Redest du, bitte. Ich höre doch was im Hintergrund. Bist du gerade an einem Meer? Nee. Bist du gerade in Türkei, Antalya, Digga? Ich sitze am Strand und spiele mit der Switch. Nee, das... Why me, verlass mal bitte. Verlass mal bitte. Hä, warum zockst du denn? Verlass doch! Digga, das ist mein Kopfschwester. Verlass doch die Lobby, Mann! Na okay, warte, Why me. Ich weiß, was ich mit dir mache. Man laber nicht. Oh mein Gott! Hilfe! 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 Ah! Baller, die ballern immer noch. Fuck! Ich bin tot! Na, Gott sei Dank. Ich verstecke mich nicht hier hinten. Die finden mich niemals. Ich gebe auf! Nein! Nein! Fuck! Ah! Ah! Hä, wie schlecht schießt der? Ich bin gleich tot! Oh, fuck! Kommt doch mal her jetzt, hallo. Das war nicht so gemeint. Kommt doch mal jetzt, bitte. So, ich bin gestorben. Wisst ihr was? Haut rein. Creator Code? Why me, sag Creator Code. Welch Creator Code? Assi, Digga. Creator Code Assi. Creator Code, dicker Türke. Kleiner Wichser! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.